Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema der heutigen Sendung ist altersabhängige Makuladegeneration. Ein schwieriges Thema, aber wir haben dafür einen hochkarätigen Experten eingeladen, Herrn Professor Augustin, Direktor der Augenklinik des städtischen Klinikums Karlsruhe, ein national, international renommierter Augenkliniker. Herr Professor Augustin, was ist das? Ein schlimmes Krankheitsbild. Altersabhängige Makuladegeneration. Eigentlich ein komisches Wort, weil es klingt so nach Alter, aber es ist tatsächlich so, dass es halt im Alter zunehmt. Und wir reden hier von der häufigsten Erblindungsursache bei über 60-jährigen Menschen. Ganz wichtig. Ganz wichtige Erkrankung für uns. Glücklicherweise gibt es zumindest bei der einen Form, die wesentlich seltener ist, nämlich der sogenannten feuchten Form mittlerweile therapeutische Möglichkeiten. Wobei ich nicht mal wirklich von Therapie sprechen will, sondern eher von einer Verzögerung der Erkrankung. Bei der trockenen Form, die wesentlich häufiger ist, macht ungefähr 85 Prozent der Patienten aus, haben wir bis zum heutigen Tage keine therapeutische Möglichkeit. Das heißt, die trockene Makuladegeneration führt unweigerlich zur Erblindung? Die schreitet sehr langsam fort. Das heißt, sie muss nicht unbedingt zur Erblindung führen. Und wir sprechen ja bei der Makuladegeneration ohnehin in Anführungszeichen von einer Erblindung im Sinne des Gesetzes. Das heißt, die Patienten verlieren ihr Lesesehvermögen im schlimmsten Falle, aber sie verlieren nicht das Gesichtsfeld. Das heißt, die Raumorientierung bleibt erhalten. Auch wenn sie an der Erkrankung erblinden würden. Was sind denn Frühsymptome? Frühsymptome sind Verzerrtsehen. Deswegen kann man sich ganz einfach selber testen mit dem sogenannten Amslergitter. Das ist ein Rechenheft mit einem Punkt in der Mitte. Mehr ist das nicht. Das heißt, man kann sich selbst ein Amslergitter basteln, indem man zum Beispiel die Fliesen im Badezimmer oder irgendwelche Fernseher oder sonstigen Masten sich anguckt und guckt, ob die gerade sind. Wenn da irgendwelche Wellen sind, sofort zum Augenarzt. Das ist der einfachste Test überhaupt. Also sozusagen das Rechenheft reicht, um zu gucken, ob das jetzt gerade ist oder nicht gerade ist. Und wenn es ungerade wird, die gezogenen Linien, dann beginnt die Makuladegeneration. Und ganz wichtig, ein Auge abdecken. Ganz häufig kommen Patienten zu uns erst mit dem zweiten Auge. Das heißt, die haben überhaupt nicht bemerkt, dass ein Auge schon kaputt gegangen ist. Deswegen immer ein Auge abdecken und dann das andere abdecken und den Test immer mit einem Auge durchführen. Und das Ganze sollte man ab einem bestimmten Alter oder wenn man eben Risikofaktoren hat, einmal pro Woche machen. Welches Alter ist das und welche Risikofaktoren sind das? Also ich würde so ab 60 spätestens mir regelmäßig schon die Makula mal angucken lassen vom Augenarzt, beziehungsweise diesen Test machen, der ja ganz einfach ist. Risikofaktoren kennen wir viele. Erstens das Alter, deswegen heißt es altersbedingte Makuladegeneration. Frauen sind häufiger betroffen, das wissen wir auch. Erhöhte Blutfettwerte und erhöhter Blutdruck sind zusätzliche Risikofaktoren, die klar identifiziert sind. Und natürlich das Rauchen. Ah ja, das sagt man so Raucher und Bluthochdruckpatienten und Diabetiker sollten also schon früher sich angucken lassen und prüfen lassen, ob dann der Makula ein Effekt ist. Wenn man dort etwas tun möchte und will, was kann man heute tun? Also heute leben wir im Zeitalter der intravitralen Injektionen, das heißt der Medikamenteneinspritzung in das Auge, wobei das nur eben für diese kleine Gruppe 15 Prozent der Patienten gilt, nämlich die mit der feuchten Makuladegeneration. Für die Patienten mit der trockenen Makuladegeneration gibt es noch keine Therapie. Alle Studien haben bisher keine positiven Ergebnisse am Ende. Also kehren wir wieder zur Ursache zurück, wenn wir sagen der Bluthochdruck wird gut eingestellt, der Diabetes wird gut eingestellt, das Rauchen wird aufgegeben, dann hat man eine Verzögerung des Krankheitsbildes. Definitiv und man sollte auch als betroffener Patient ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und die Angehörigen, vor allem die Enkel und vielleicht sogar die Urenkel, animieren Lichtschutz zu betreiben. Der konsequente Lichtschutz ist sicherlich auch zusätzlich, trägt mit dazu bei, das Krankheitsbild zumindest zu verzögern. Heißt das jetzt, dass man immer eine Sonnenbrille tragen muss? Wenn die Sonne scheint? Definitiv. Die altersbedingte Makuladegeneration ist eine Erkrankung des blonden, blauäugigen Menschen, das heißt in unseren Breiten plus Sonne sehr gefährlich. In Afrika bei farbigen Menschen kommt das Krankheitsbild praktisch überhaupt nicht vor. Das halte ich jetzt für besonders wichtig, weil das ist ja vielen gar nicht bekannt. Richtig, ja. Also Pigment, ich will jetzt nicht zu tief in die Biochemie einsteigen, aber Pigment ist in der Lage, diese Lichtenergie in ganz harmlose kinetische Energie, sprich Wärme, umzuwandeln und dann wird sie einfach von der Aderhaut abtransportiert, die Wärme. Wohingegen, wenn jemand wenig Pigment hat, blond, blauäugig ist, dann wird die Makula kräftig erhitzt durch das Licht und es werden andere Faktoren freigesetzt, die eben das Krankheitsbild noch fördern können. Also ich glaube, Herr Prof. Augustin, die haben uns damit ganz wertvolle Ratschläge gegeben und ich glaube, davon werden unsere Zuhörer und Zuseher letztendlich profitieren. Ich denke, wir dürfen uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses exzellente Referat und bedanken Ihnen und bleiben Sie gesund.